Die Symptome der pulmonar-atrialen Hypertonie sind sehr unspezifisch. Das heißt, die Symptome können bei sehr vielen Erkrankungen auftreten. Symptome können sein Abgeschlagenheit, Müdigkeit, vor allen Dingen Luftnot bei Belastungen, bei kleineren Belastungen, wie zum Beispiel Treppensteigen. Das kann dann weitergehen bis zu Druck auf der Brust, Herzstolpern, Schwindel, Ohnmachtsattacken, geschwollene Beine, die wir als Beinödeme oder Knöchelödeme bezeichnen. All das sind Symptome der pulmonar-atrialen Hypertonie, können aber auch Symptome ganz anderer Erkrankungen sein. Und daher ist es für uns wichtig, aber auch schwierig, das zu differenzieren und die Patienten frühzeitig zu erkennen.